In einer zunehmend vernetzten und digitalisierten Welt stehen Unternehmen vor immer komplexeren Sicherheitsherausforderungen. Dazu gehören flexible Arbeitsmodelle, die nur mit einem ortsunabhängigen Zugang zu sensiblen Firmendaten möglich sind. Bisherige Remote-Access-Konzepte wie klassisches VPN werden zunehmend infrage gestellt. Denn bei vollem Internetzugriff kann sich Mailware ungehindert im Netzwerk ausbreiten. Um die wachsenden Ansprüche zu erfüllen, haben sich modernes Cloud-Management und das Zero-Trust-Prinzip als neue Standards etabliert. Viele Unternehmen stehen jedoch vor der Frage, wie sie ihr vorhandenes Netzwerk optimal darauf ausrichten können. Machen Sie es sich leicht mit Lancom Trusted Access, der skalierbaren Remote-Access-Lösung, die sich passgenau in Ihre Systemlandschaft integrieren lässt. Auf Basis Ihrer lokalen Benutzerdatenbank oder Ihres Active Directories vergeben Sie für jede Benutzergruppe individuelle Zugriffsrechte auf erlaubte Anwendungen. Das zentrale Cloud-Management ermöglicht das einfache automatische Ausrollen und Konfigurieren der Trusted Access Clients und erleichtert die Überwachung über ein praktisches, zentrales Dashboard. Trusted Access bietet mehrere Ausbaustufen und lässt sich flexibel erweitern. Vom Cloud-Managed VPN-Client bis zur Zero-Trust-Lösung in verschiedenen Integrationslevels. Die Benutzerauthentifizierung erfolgt über die in Deutschland gehostete Lancom Management Cloud. Der Austausch von Nutzdaten erfolgt ausschließlich zwischen Clients und Gateway. Ohne die Auskopplung über eine externe Cloud. Für Ihre User ändert sich nichts. Der Zugriff wird dank Single Sign-On sogar auf externe Anwendungen noch bequemer. Sie behalten alles im Blick und können zu jeder Zeit flexibel agieren. Lancom Trusted Access – eine passgenaue Lösung für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen jeder Größe. Jetzt informieren und einsteigen! Anwendungen der